Geil! Mein erstes Gehalt! Endlich kann ich investieren! Mein Sohn! Dein hart verdientes Geld! Du verzockst dir doch so alles! Ach, die neue Generation! Glaub mir, mein Sohn, das ist Teufelszeug! Minjun, da muss! Da habe ich mal Telekom-Aktie gekauft! Glaubmast! Verbrennst du nur das Geld damit! Lasst es! Glaubmast! Glaubmast, Minjun! Ach, sollen sie doch sagen, was sie wollen? Ich weiß, dass ich das Richtige gemacht habe.